Ah, ich hab ganz ja kein Bock mehr auf diese kurzen Fahrten, da hab ich immer ganz, da bin ich einfach... Aber so oft hab ich jetzt auch nicht wiedergebracht am Anfang, ich bin einfach außer üben bei Assassin's Creed. Jetzt muss es aber sitzen. Wenn sie weiter ausrollen, ich sehe die, okay, ich muss mal warten für sie. Und nun, los. Und jetzt. Nein! Nein, 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 nein! Mann, das wird ja keiner kommen. ende. Dann haben wir weiter ausgehört. Ist es so, wie ich jetzt weiß, ob ich jetzt komm das letzte mal weh. Oich. So, wie haben Sie es geschafft. Und das? No, Bastard! Hide it in! Hide it in! TV Denfall. What? Hör! Gut, das hätten wir. Das ist die Straße. Keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! Herr Zylästig ist erreicht. So, so. Seht, wer aus seinem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn. Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht! Dann werden sie wohl lieber das zweite machen müssen. Okay, kommt her. Und jetzt noch du. Dann holen wir uns mit dem ersten bisschen was. Also hier mache ich jetzt einen kurzen Cut, also bis gleich. Und das sind wir auch wieder zurück bei Assassin's Creed Revelations. Wir haben natürlich jetzt wenig nur ein Leben. Dann können wir mal schnell rein. Mal gucken, ob er was bei sich hat. Ja. Keine Medizin weiter zu kommen. Ja. Am guten Aufmerksamkeit. Dann haben wir auch wieder nach Medizin. Oder haben wir Medizin. Nein. Früher war das einfacher. Früher warst du auch jünger. So. So. Hast du Medizin? Woff-Messer-Fall-Kriff-Fall. Ja. Medizin bekommen wir leider nichts. Ja. Nein, nein. Ich weiß nicht. Ich nehme nicht. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Noch so ein slavischer Söltner? Ehm... Ehm... Ziemlich gut, wer waffnet, nicht wahr? So, jetzt gehen wir es hier. So, jetzt gehen wir es hier. So, jetzt gehen wir es mal kurz. Ah, das ist die Karte. Das habe ich glaube nur eingekillt. So, jetzt gehen wir es mal kurz. So, jetzt gehen wir es mal kurz. Die Kälte nicht weiter. So ist gut. Gebt ihnen Sauerstoff. Da lang geht es. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwerten? Genau da lang geht es, Junge. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Da hat er recht. Könnte das Schwein bringen um? Los! Da ist er! Jetzt noch duf. Ach ja, wir müssen noch... Jetzt können wir Medizin bekommen. So. Das ist schon besser. Da geben wir mal lieber Dana. Oh Gott. Wo bist du denn? Bis wir das Spicheln immer wiederholen. Boah, die mit den Pistolen hasse ich immer. Die hauen immer ab. Versuchen von weitem zu schießen. Da gehen wir mal vor. Außen und durch. Ah, da ist was. Da gehen wir mal wieder auf. Ich will nicht. Ich will nicht mehr. Ach, seh. Ich muss doch mal irgendjemand sehen, wo ich den Haui hau... abfüllen kann. Wie viele habt ihr heute getötet? Ich hab nicht genug Finger zum Zählen. Wir haben kein Gift und keine Pistole mit, da müssen ich mir mal die Position aufwenden gehen. Ach, jetzt haben wir beide getroffen. Also jetzt gibt's hier einen kleinen Trick, der ist halt eigentlich gut. Wenn wir uns nicht sehen, dann gehen wir schnell weiter. Gut. Kommst du nicht da? Okay, lassen wir jetzt ein bisschen laufen. Da hätte ich wieder ein bisschen weg drin. Das wäre ein gutes Gefühl. So, das hätten wir geschafft und jetzt geht's nach oben. So, kann man's auch mal. Jetzt war's der erwischt. Einer hat uns schon erwischt. Einer hat uns schon erwischt. Ja!